Hallo Freunde von Willow Warships und herzlich willkommen zum Freitag, 4.12. und der Verlosung eines neuen Schiffes, das ich zwar persönlich nicht fahre, aber es ist deutsch und es ist etwas anderes als sonst immer. Es ist nämlich ein Flugzeugträger. Heute könnt ihr bis Sonntag, den 6.12.15 Uhr euch hier eintragen, um eine Stufe 6 Erich Löwenhaar zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück und wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Gefecht. Ciao.